Was ist das Subsidiaritätsprinzip? Es bedarf einer Befähigungsgrundlage. Befähigungsgrundlage heißt eine Grundsubstanz, von der aus man heraus sich verantwortbar als kleinere Einheit in der Gesellschaft einbringen kann. Das ist eine lokale Ökonomie, eine Familie, ein Individuum ist es völlig egal. Und diese Grundbefähigungsermöglichung, sage ich jetzt mal, oder Grundermöglichung ist ein Grundeinkommen neben den Infrastrukturen. Also ich will damit sozusagen sagen, dass auch eine katholische Sozialeher das Thema Grundeinkommen schon weit vorangeschritten diskutiert wird. Das war mir wichtig hier zu sagen, auch im Anschluss an Erich Fromm.